Ich genieße jetzt noch in den letzten Tagen vor meinem Abflug meinen Kaffee zu Hause bei meiner Familie. Der Countdown läuft bis zu meinem Abflug nach Shanghai. Das ist meine zweite Auslandsstation. Letztes Jahr war ich zum ersten Mal im Ausland, da war ich in Florenz in Italien. Das war schon eine super coole Erfahrung. Sehr spannend, sehr aufregend. Ich habe viele neue Eindrücke gesammelt. Ich glaube, Shanghai wird auch vielleicht erst mal ein kleiner Kulturcrash für mich sein, weil es ist eine riesige Metropole. Es wird eine atemberaubende Zeit. Ich bin mir ganz sicher, ich werde daraus sehr viel mitnehmen. Ich bin ganz gespannt, wie ich dort meinen Alltag meistern werde. Wie ich dort als große Europäerin überhaupt auffallen werde. Das sind natürlich alles Dinge, auf die ich mich sehr freue. Ich bin total gespannt, was mich dort erwarten wird. Und dann gibt es voller Vorfreude in den Flieger ab nach Shanghai. Ich berichte euch und halte euch alle auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.